Da haben wir hier eine sehr beliebte Unterkunft, gerade für junge Leute oder wer einfach sagen will, Mensch, ich bin sowieso immer draußen, haben wir einen Caravan, sprich einen Wohnwagen auf Deutsch, mit einer Veranda davor, die wir aufgebaut haben, hat einen Außenkühlschrank, außen noch eine Feuerstelle mit Gaskocher aus einem ganz gewissen Grunde, nämlich Sicherheit. Wir dürfen das nicht in den Wohnwagen reinmachen, wollen wir auch gar nicht. Auch in der Klimaanlage hat man so einen kleinen Pinguin, so eine kleine Kühlaggregat, eine Mini-Klimaanlage, kann sich hier selbst voll verpflegen, ist gar kein Problem. Wichtig ist auch hier wieder, wir haben einen Seeblick, das werden wir gleich sehen, wenn wir hier noch ein bisschen rumgehen, aber wie gesagt, perfekt für zwei Personen, sind zwei Einzelbetten drin, wenn man reinkommt, links ist ein Sofa, man könnte das ausklappen, also man könnte da jetzt noch sagen, okay, drei Personen, wenn da jetzt drei junge Leute kommen oder was, kein Problem, kann da einer noch mit schlafen, aber wir sagen ganz klar, zwei Personen ist optimal, super gelöst, habe ich selber Urlaub gemacht, viele von uns, kann ich empfehlen, auch eine Variante hier günstig und gut Urlaub zu machen und alles immer Lakeview. Und Lakeview! Lakei 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 View da! Also hier hat man echt einen super genialen Blick über den Stausee Lieberrocher, wie der mittlereมาt hier heisst. Also hier abends, wenn es dunkel wird, wenn die Sterne rauskommen, man sitzt hier auf seiner kleinen Veranda, alles ganz easy. Locker zu machen, kann man hier echtes Spanienfeeling haben. Die Jungs da unten, fangen die was? Ja, Fisch ist drauf. Ja, das muss man sich wirklich mal reinziehen. Das ist ja nun hier, wir stehen ja nun hier, ich modelliere das hier ganz frei raus. Und jetzt bitte guck mal darunter, wir befinden uns hier direkt vom Karawan, was da unten gerade abgeht. Da wird gerade ein großer Waller gedrillt. Also das ist hier alles mit einem etwas anderen Blick. Also der Angelurlaub machen will, Fische fangen will, dabei echt eine grandiose Natur haben will, nicht frieren will, er ist hier genau richtig, echt, absolut. Ich muss den Drill beobachten da jetzt. Jetzt noch was.